Jeschua Hamasheach, Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen, um uns zu erlösen von unserer Sünde und von Krankheiten, Verderben. Er hat sein Leib schlagen lassen, zerreißen und das hat er für dich und für mich gemacht, damit wir in diesem Bund, Bund des Blutes stehen und ihm Ehren und ihm Lobpreis und Dankanbetung geben und glauben an das Bund, das neue Bund, was unser Elohim, Gottvater für uns gegeben hat. Jeschua Hamasheach hat sein Blut vergossen am Golgatha, er tat das für dich. Denk daran und bete ihn würdig an, er liebt dich, unser Elohim, Herr Schadein, unser Gottvater, Bund des Blutes, Jeschua Hamasheach, Shalom.